In diesem Fall geht es hauptsächlich um die Privatisierung der größten Wasserwerke in Athen und Thessaloniki. Ich würde eigentlich schon gerne nochmal einen Satz grundsätzlich zur Privatisierung sagen, weil dadurch, dass Griechenland gezwungen wird zu privatisieren, wird alles zu Schleuderpreisen, ja man kann wirklich sagen verschleudert und der Gewinn, den man sich versprochen hat, der wird nicht annähernd erreicht. Griechenland sollte 50 Milliarden Euro Gewinn aus den Privatisierungen machen, hat in den ersten drei Jahren drei Milliarden nur realisieren können und kommt auf höchstens 15 Milliarden. Also das geht weg an große Konzerne, ausländische Konzerne, sehr reiche Griechen. Die Immobilienpreise sind um die Hälfte gefallen und das machen sich jetzt die reichen Griechen zu eigen. Und jetzt geht es dann nochmal um das Wasser, was für alle Menschen lebenswichtig ist. Und in Griechenland ist die Situation so, dass ein großer Teil der Bevölkerung ja so verarmt ist mittlerweile, dass sie das Wasser kaum bezahlen können, jetzt schon nicht. Und es gibt einen sozialen Preis für Menschen, die eben gerade noch bezahlen können und die gar nicht bezahlen können, denen wird das Wasser nicht abgestellt. Und das wäre natürlich eine ganz andere Situation, wenn das Wasser privatisiert würde. Also Sie gehen davon aus, dass mit der Privatisierung des Wassers die Preise auch kräftig steigen werden? Das ist die Erfahrung, die wir weltweit gemacht haben mit dem Wasser. Es ist egal, ob das in Argentinien, in Buenos Aires, eine Stadt, die hat rekommunalisiert, weil die Preise in die Höhe geschossen sind. Berlin, da sind die Wasserpreise um 30 Prozent gestiegen. Das ist auch nochmal so ein spezieller Fall, das war ein PPP-Projekt. Das heißt, 51 Prozent waren bei der Stadt Berlin geblieben und nur 49 Prozent haben die Konzerne bekommen. Aber in den Verträgen waren den Konzernen 30 Jahre lang eine hohe Gewinnzusicherung gemacht worden. Das heißt, die Wasserpreise sind gestiegen, 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entlassen worden und die Rohre sind nicht mehr gewartet worden. Das ist auch so eine Erfahrung, dass die Konzerne dann nicht in die Infrastruktur investieren. Und es gibt viele, viele Beispiele, also Berlin, Stuttgart, Paris. Im Augenblick kämpfen gerade portugiesische Städte darum, aus diesen Verträgen rauszukommen, weil die Gewinnerwartungen, die dann zugesichert werden, die sind immens. Portugal ist ja auch von der Troika gezwungen worden, viel zu privatisieren und dann ging es auch ums Wasser. In einer portugiesischen Stadt sind die Wasserpreise um 400 Prozent gestiegen. Also es ist überall, wo die Konzerne sich einmischen. Das machen sie ja, um Gewinne zu machen, das ist ja auch klar. Das kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen, aber die Verträge sind schon dann hanebüchen. Es ist ja auch so, dass dann Haushalt, die diese Preise nicht mehr bezahlen können, denen wird dann rigoros das Wasser abgedreht. Denen wird das Wasser abgedreht. Und deswegen sagen wir auch, Wasser ist Menschenrecht. Sie können ja lange ohne viele Sachen leben, aber sie können nicht ohne Wasser leben. Wasser braucht der Mensch zum Überleben. Und von daher halten wir Wasserprivatisierung grundsätzlich für falsch. Aber auch nochmal zurück zu diesen ökonomischen Gründen. Man sagt ja immer, bei Privatisierung, dann setzt Wettbewerb ein und dann sinken die Preise. Und bei Wasser ist es eben so, dass eine Monopolstellung inne ist. Immer. Sie können nicht verschiedene Wasser anbieten oder verschiedene Wasserwerke dann bauen. Und dadurch, dass sie eine Monopolstellung haben, wird es eben auch immer teurer. Da gibt es keine Konkurrenz mit anderen Wasserkonzernen. Sie sagten ja zu Beginn, dass gerade die beiden größten Wasserwerke in Thessaloniki und Athen teilweise privatisiert werden sollen. Heißt das, dass gerade diese beiden am lukrativsten sind für den Privatmarkt? Ja, die sind tipptopp in Ordnung. Die machen jedes Jahr Gewinn von, ich weiß nicht, 100 bis 420 Millionen, glaube ich. Und versorgen ja einen Großteil der Leute in Griechenland werden dann auch über Kanister versorgt, weil die da keine eigene Wasserversorgung haben. Also es ist schon ein sehr aufwendiges Unterfangen, was sie machen. Und das werden die Konzerne sich dann auch überlegen, wo sparen wir ein. Das ist ja immer so, dass sie dann auch gleich gucken, wo sie einsparen können, um ihren Profit zu sichern. Also die Sorge ist wirklich in Griechenland, dass ein größerer Teil von der Bevölkerung von Wasserversorgung ausgeschlossen wird. Ist das dann so ähnlich wie bei den Flughäfen? Da wurden auch die lukrativsten privatisiert und den Rest muss der Staat bezahlen. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist noch viel, viel schlimmer. Ja, das habe ich mir nicht vorstellen können, weil Fraport ist ja ein Unternehmen noch in öffentlicher Hand, zu 51 Prozent des Land Hessen und die Stadt Frankfurt. Sie haben sich erstens nur die lukrativsten Flughäfen rausgepickt und dann haben sie einen Vertrag ausgehandelt, der auch nicht öffentlich war. Das kommt immer dazu. Diese Verträge sind nie öffentlich. Und es braucht dann viel Geschick und Recherche, um da ranzukommen. Und da haben wir festgestellt, dass wir in den Verträgen festgelegt haben, dass für alle Kosten Athen aufkommt und Fraport sich die Gewinne sichert. Das heißt, Fraport zahlt keine Kommunalgebühren, Immobiliensteuer sowieso nicht. Fraport hat sich abgesichert, nach 40 Jahren, wenn sie ein Defizit haben, weil der Tourismus einbricht, wie jetzt in der Türkei, dass dann der griechische Staat das Defizit übernimmt. Wenn die EU Auflagen macht, umweltmäßig meinetwegen, oder Gutachten erstellt werden müssen, muss das alles der griechische Staat zahlen. Wenn es zu Arbeitsunfällen kommt und dadurch für eine Entschädigung gezahlt werden, muss auch der griechische Staat zahlen. Wenn Geschäfte auf diesem Fraport-Gelände pleite machen, muss der griechische Staat zahlen, wenn Fraport erweitern will. Das wollen sie ja, weil die machen dann ja viel mit so einer Infrastruktur, mit Geschäften drumherum und dann müssen Landstücke enteignet werden. Das muss dann auch alles der griechische Staat bezahlen. Also sie haben einen Vertrag ausgehandelt, da zieht es einem die Schuhe aus und wenn die Beschäftigten streiken, dann muss natürlich auch der griechische Staat die Kosten übernehmen, den Ausfall. Der muss auch die Kofferbänder warten. Also die haben sich abgesichert, ich habe gar nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Und ich selber hatte eine Aktie gekauft von Fraport, um auf diese Hauptversammlung zu gehen, konnte dann nicht. Das hat dann ein Kollege gemacht. Und wir haben dann auch den Vorstandsvorsitzenden Schulte konfrontiert mit diesen Verträgen. Und der hat gesagt, ja, stimmt schon, das meiste ist üblich. Und wenn wir nicht so guten Verträge für uns ausgehandelt hätten, dann hätten wir den Preis weiter drücken müssen. Der Preis ist ja schon mal nicht hoch für die Flughäfen gewesen. Also es ist wirklich erschütternd. Nun gibt es ja eine Petition an den Bundesfinanzminister Schäuble und dem EU-Kommissionspräsidenten Juncker. Was ist der Inhalt dieser Petition und wie kann man sich daran beteiligen? Also wir haben Bezug genommen nochmal auf die Bürgerinitiative, die europäische, die vor vier Jahren stattgefunden hat. Da haben ja fast zwei Millionen Menschen unterschrieben, dass Wasser nicht privatisiert werden soll. Da gab es einen Vorstoß von der EU. Und da gab es dann eine Zusicherung 2013, dass keine Kommune gezwungen werden soll, Wasser zu privatisieren. Daran knüpfen wir an, weil das ist jetzt ja ein Bruch. Also wir haben zwar nicht ein Versprechen gegeben, wir privatisieren nirgendwo, aber es ist ja schon ein Bruch von diesem Versprechen. Und haben das nochmal dargelegt in dieser Petition, was das bedeuten würde, Privatisierung der Wasserversorgung. Bringen ein paar Beispiele, Berlin natürlich, andere. Und fordern auf, Griechenland nicht dazu zu zwingen, das zu machen. Und das ist ja schon ein Bruch.